Das Kampfgericht nimmt die Plätze ein, unser Ringearzt hat alles im Blick und gleich ist es soweit, dann starten wir hier jetzt, wir rufen in die blaue Ecke, wir rufen in den Ring, Dahab Balaki und in die rote Ecke, ausgehend von Stella Gio Gaudi. Baustürk So, liebe Freunde, gleich geht's los. Ein Wertungskampf bei den Damen, bei den Mädels. 52 Kilo. Handschuhe werden nochmal überprüft, nachgetappt, Mundschutz sitzt. Der Kampfrichter hat alles im Griff und wird den Kampf sofort freigeben. Ring frei, Runde 1. Jawohl, Führ raus, jawohl. Schön lang bleiben, lang bleiben. Jawohl, super, super, sehr schön lang bleiben. Führ, führ, führ. Arbeitet nicht. Jawohl, super, Rang ist dafür hart. Bewege, komm, 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 komm. Führ raus, sehr super, sehr gut. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl, super, sehr gut. Schleitert so. Deckung, steckung, 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 steckung. Führ, führ. Jawoll! Schau mal, wie das schlafen wir hier war! Jawoll! 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 Sehr schön! Sehr schön! Jawoll! Super! Jawoll! Sehr gut! Und wir haben wieder auf! Jawoll! Die Kämpferin in der blauen Ecke kommt aus Perleberg, vom Boxclub Perleberg-Redl. Dahab Balaki hat zwei Siege, drei Niederlagen in ihrer Statistik. Die Kämpferin in der blauen Ecke. Ring frei in der Runde zwei. Ring frei! Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Jawohl, geht zurück, jawohl, weg, macht das. Jawohl, komm mal mit drin, komm mal mit drin. Jawohl, schön, sehr schön, schön geraten. Schön, sehr gut. Jawohl, jawohl, sehr gut. Jawohl, Jawohl, schw diu. Jawohl, schw幼. Nachricht, nachricht, nachricht! Jawohl! Tremal, hier! Komm, ich schreibe! Zekut, zekut! Zekut, zekut! Jawohl! Jawohl, jawohl, jawohl! Wendig! Hände oben! Hände oben! Jawohl! Jawohl! Jawohl, jawohl! Hände oben! Hände oben! Hände oben! Jawohl, sehr gut! Das war die zweite Runde. Einen großen Applaus schonmal für die Mädels hier, die sich beim Boxen beweisen. Das ist eine tolle Sportart. Für jeder Mann, für jede Alltagsklasse, für jedes Gewicht. Gut für das Selbstbewusstsein, für die ganze Situation. Alles wird trainiert. Und wir gehen gleich in die dritte Runde. Die Kämpferin in der roten Ecke ausgefahren. Stella Georgiou. Dort sieht man mit dem Handtuch den Trainer Sergei. Und dort ist er. Er war schon deutscher Meister. Er war ein Top-Amateur. Er hat die Großen geboxt gegen Arthur Bitterbeef in Las Vegas. In die Ecke hingefahren. Adam Deines! Großen Applaus mal vielen! Applaus Gut, gut. Gut, gut! 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 Gut, gut gut! Schöne Aktion! Jawohl, sehr gut gesehen! Jawohl, jawohl, jawohl! Für Hand in meinem Haus, ja? Für Hand in meinem Haus, ja? Ja, ja, ja! Du siehst das sehr gut da! Jetzt! Jawohl! Sehr gute Deckung! Jawohl! Täuschen rein! Jawohl, sehr gut! Jawohl! 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 Für den nächsten Kampf bereiten sich vor Ahmad Amadov aus Pragwede und Paul Kunkel aus Stendam. Jawohl! 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 Komm, Pilot raus da! Jawoll! Schnell mal, schneller sein! Jawoll! 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 Komm mal, komm mal! Schnell, langbleiben! Und geh, du! Einige Schläge! Komm! Schnell! Schnell! Schnell, schnell! Ja, sehr gut! Gerade bleibt! Jawoll! Jawoll! Gehen, einige Schläge! Komm nach! Jawoll! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! So, die Punkte waren gezählt. Das Urteil erwarten wir. Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. So, liebe Freunde, wir kommen zum offiziellen Urteil. Unser erster Kampf heute hier in Stendal, Giffhorn gegen Perdeberg. Ein Mädelskampf, 52 Kilo. Und es ist ein unentschieden! Applaus! Applaus! Applaus!